Hallo ihr Lieben, heute werdet ihr die Botschaften und Devisen eures Engels zu eurem Sternzeichen für den Monat Mai erfahren. So hört, Engel Machiel für den Widder. Habe Zuversicht, sie verbindet dich mit Gott, der dich nicht alleine lässt. Er hat mich zu dir geschickt, um dir seinen Schutz zu geben. Deine Devise ist, vergiss nie, dass dein Engel immer bei dir ist. Engel Asmodiel für den Stier. Du bist ein Mensch, der in sich ruht. So wirst du niemals vereinsamen, denn du liebst keine Stille um dich herum, sondern du brauchst den Lärm. Deine Devise ist, du brauchst den Lärm, weil du die Stille nicht erträgst. Engel Ambriel für die Zwillinge. Du liebst deine Freunde, weil du sie so sein lässt, wie sie sind, mit all ihren Schwächen. Und genau das stärkt eure Freundschaft. Deine Devise ist, du brauchst deinen Freund, deshalb zeige ihm auch deine Freundschaft. Engel Muriel für den Krebs. Verstecke dich nicht und baue keine Mauer um dich, bei der du glaubst, dass sie dich schützt. Zeige dich so, wie du bist und du wirst Wärme empfangen. Deine Devise ist, beneide nicht deine Mitmenschen, denn sie geben dir Wärme. Engel Ferchiel für den Löwen. Du lässt dich nicht vom schlechten Wetter trüben, sondern bist dankbar um jedes Lächeln, das man dir schenkt. So erfreust du dich jeden Tag. Deine Devise ist, dein Herz ist voller Freude. Engel Ambriel für die Jungfrau. Dein Tagebuch war einmal stets dein Begleiter und das kann keinen Freund ersetzen. Schreibe wieder deine Freude in dein Tagebuch, aber auch deine Probleme, denn es gibt dir die Ruhe wieder. Deine Devise ist, dein Tagebuch gibt dir deine nötige Ruhe und lässt dich besser schlafen, zur Ruhe kommen. Engel Uriel für die Waage. Sieh der Wahrheit ins Auge und träume mit der Sonne an deinen düsteren Tagen, aber träume dir die Welt nicht schön. Dadurch wird sie auch nicht friedlicher. Deine Devise ist, träume dir die Welt nicht schöner, als sie ist. Engel Babiel für den Skorpion. Lasse alles wie es ist und lasse die Dinge fließen, wie sie sind. Sei gütig zu dir selbst, dann wirst du auch nicht enttäuscht sein. Deine Devise ist, sei einfach du. Du darfst es. Engel Adnachiel für den Schützen. Nimm die Liebe an, die dich umgibt und danke deinen Liebsten, die an deiner Seite sind. Denn das bringt euch näher. Deine Devise ist, danke den Menschen, die an deiner Seite stehen. Engel Adnachiel für den Steinbock. Zeige deine Gefühle und verstecke sie nicht hinter einem Lächeln. Zeige deine Traurigkeit, wenn dir danach ist. Damit öffnest du dein Herz. Deine Devise ist, sei stark und weine, wenn du weinen musst. Ers Engel Gabriel für den Wassermann. Freiheit ist nicht ein Gesetz, das die Welt bestimmt. Freiheit ist, andere so sein zu lassen, wie sie sind. Lasse die Menschen ihre eigene Freiheit leben. Und deine Devise ist, die Freiheit kann grenzenlos sein, wenn man die Menschen selbst bestimmen lässt. Engel Barchiel für die Fische. Sage nicht Ja zu deinen Freunden, wenn du sie dabei überforderst. Sei ehrlich und sage, was du fühlst. So entsteht wahre Freundschaft und wird nicht zur Belastung. Deine Devise ist, sei immer ehrlich, dann bist du ein wunderbarer Freund. So, das waren nun die Botschaften eurer Engel, passend zu euren entsprechenden Sternzeichen. Ich wünsche euch für den Wonne-Monat Mai viel Glück und Freude. Und wenn ihr es nicht spürt oder aber dringend benötigt, dann helfe ich euch gern. Ihr braucht nur Anrufe. Die Telefonnummer erkennt ihr hier unten. Für den Monat Juni erhaltet ihr dann auch wieder die Engelbotschaften in neuer Form. Bis dahin, in Liebe, eure Derya.